Go Buster! Du siehst heute sehr glücklich aus, Buster. Was hast du gesehen? Oh wow, ein Kätzchen. So süß. Vorsichtig, Buster. Du bist sehr groß und die Katze ist sehr klein. Oh je. Ich glaube, du hast ihr Angst eingejagt, Buster. Ich frage mich, wo sie hingeht. Du bist zu groß, um unter dem Zaun zu passen, Buster. Du musst drum herum gehen. Wo ist das Kätzchen nun hingeraten? Oh oh. Sie steckt auf dem großen Baum fest. Du musst sie retten, Buster. Ein Trampolin? Was für eine gute Idee. Da kann das Kätzchen weich drauf landen. Sie springt. Oh nein, das Kätzchen ist direkt wieder auf dem Baum gelandet. Lass uns etwas anderes versuchen. Ein Netz? Gute Idee, Buster. Vorsichtig, sachte, sachte. Oh schau, eine Biene. Bleib ganz still, Buster. Ich glaube nicht, dass sie dir zu leiden möchte, aber... Oh je. Gesundheit, Buster. Das Netz ist auch kaputt. Da musst du nochmal überlegen. Warte. Ich glaube, Buster hat noch eine Idee. Natürlich. Buster hat Ashley das Löschfahrzeug geholt. Sie kann das Kätzchen mit ihrer langen Leiter erreichen. So geht es. Das Kätzchen wird gleich in Sicherheit sein. Oh nein, ich glaube, das Kätzchen hat zu viel Angst, um die Leiter runter zu klettern. Ich frage mich, was Buster plant. Oh ja, der Wollknäuel vom Kätzchen. Sie wird runterkommen, um damit zu spielen. Schau, wie fröhlich das Kätzchen ist. Sie kommt jetzt die Leiter runter. Endlich sicher und zufrieden. Gute Arbeit, Buster. Es ist ein windiger Tag im Park. Buster und Papabus machen sich hier einen lustigen Tag. Papabus hat eine Überraschung für Buster. Was kann es nur sein? Oh schau, es ist ein Drachen. Buster macht sich bereit, ihn fliegen zu lassen. Papabus schubst ihn hoch in die Luft. Wow, er fliegt so hoch. Gut gemacht, Buster. Schau, da ist Monty, der Heißluftballon. Oh nein, eine große Windböe hat den Drachen weggeweht. Er blieb an Monty hängen und er hat es nicht bemerkt. Keine Sorge, Buster. Papa hat einen Plan. Ups, pass auf, Papabus. Wow, super Kopfball. Toll, Buster. Bandit und Ash sehen sehr verwirrt aus. Wo gehen sie nur hin? Buster versucht, Monty's Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber er guckt nicht, wo er hinfährt. Pass auf. Oh nein, Buster ist direkt in die Matschpfütze gefahren. Er steckt im Matsch fest. Papa zieht ihn raus. Gute Teamarbeit, ihr alle. Oh oh, ein Baum ist auf die Straße gefallen. Aber das wird sie nicht aufhalten. Papabus fliegt direkt über den Baumstamm. Und Buster rutscht gerade unten durch. Wow, das war großartig. Schnell, da ist Monty. Sieht so aus, als hätte Papabus eine Idee. Da ist ein riesen Matschhaufen. Und sie planschen durch. Was machen sie da? Sie haben ein Bild vom Drachen in den Matsch gemalt. Und Monty hat endlich gemerkt, dass ein Drachen an ihm hängen geblieben ist. Ups. Buster bekommt seinen Drachen zurück. Danke, Monty. Halt ihn gut fest, Buster. Puh, das war aber knapp. Der Schultag ist zu Ende. Und es ist Zeit für Scout, die Klassenblume wieder abzugeben, um die sie sich gekümmert hat. Wer ist jetzt dran, sich darum zu kümmern und sie mit nach Hause zu nehmen? Hurra, Buster ist dran. Buster fährt extra langsam, denn er möchte sich richtig gut um die Blume kümmern. Zeit, Scout und Ash Tschüss zu sagen. Wow, vorsichtig, Buster. Das war knapp. Buster freut sich so sehr, dass er sich um die Blume kümmern darf, dass er davon schon ein Bild gemalt hat. Er hat sie sogar zum Abendessen mitgenommen. Ich glaube nicht, dass sie Karotten isst, Buster. Aber sie braucht Wasser, um groß und stark zu werden. Aber jetzt ist es Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Blume. Am nächsten Morgen ist Buster super aufgeregt vor der Schule. Vorsichtig, Buster, damit du die Blume nicht umhaust. Oh nein! Die Blume krachte runter. Was macht Buster? Er versteckt sie, weil er Angst hat, Ärger zu bekommen. Hm, Buster tut so, als wäre er krank. Aber er hat kein Fieber. Oh, jetzt versteht Mama das. Buster möchte nicht mit der kaputten Blume zur Schule gehen. Er glaubt, er hätte alle enttäuscht. Aber Mama weiß, was zu tun ist. Sie stecken die Blume in einen brandneuen Topf. Das sieht sogar besser aus als vorher. Da! So gut wie neu. Buster bringt die Blume in die Klasse. Alle sind wirklich beeindruckt von dem hübschen neuen Topf. Gut gemacht, Buster. Jetzt ist Ash dran, sich um sie zu kümmern. Hurra! Hallo, Buster. Er macht einen Ausflug mit Scout. Und schaut mal, da ist Toni der Lieferwagen. Es sieht so aus, als würden Scout und Buster hinterherfahren, um herauszufinden, wohin Toni heute unterwegs ist. Sie haben so viel Spaß zusammen. Haha, Scout ist so old cake. Buster passt gar nicht mehr auf den Verkehr auf. Vorsicht, Buster! Puh, das war aber knapp. Aufpassen, Buster. Beinahe wärst du in Toni hineingefahren. Seht mal, da ist ein Schlagloch in der Straße und Toni fährt direkt darauf zu. Oh nein, durch das Schlagloch sind Tonis Türen aufgegangen. Passt auf, Buster und Scout. Es sieht so aus, als würden gleich ein paar Kisten herausfallen. Und da fliegen sie auch schon auf die Straße. Toni hat es anscheinend noch gar nicht bemerkt. Gleich fällt noch eine Kiste raus. Wow, gut reagiert, Buster, und gut aufgefangen. Hier kommt schon wieder eine gut gemacht, Scout. Tolle Arbeit. Oh nein, seid vorsichtig, Scout. Scout hat die Kontrolle verloren und ist von der Straße gerutscht. Die Kiste ist dort in den Baum geflogen. Seht mal, Toni muss dort an der roten Ampel anhalten. Das verschafft euch etwas Zeit. Schnell, Buster, lange hast du nicht, um die Kisten zurückzubringen. Gute Idee, Buster. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, die Kisten wieder einzuladen. Sieht so aus, als hätte Scout eine Idee. Gute Idee, Scout. Du kannst diese hölzerne Blanke als Rampe benutzen. Gut gemacht. Das macht der perfekte Ort, um die Kisten abzuladen. Gute Teamarbeit. Jetzt kannst du die Türen zumachen, Buster. Gerade rechtzeitig, bevor die Ampel auf Brün schaltet und Toni fährt los. Wahrscheinlich wird er nie erfahren, wie nah er drin war, all seine Kisten zu verlieren. Gut gemacht, Buster. Gut gemacht. Hier kommt Buster der Busch. Ich frage mich, was er wohl heute so anstellen wird. Was ist denn das? Sieh dir mal diese Plakatwand an, Buster. Diese Reifen sehen ja so glänzend und neu aus. Vielleicht wäre es auch für dich an der Zeit, neue Reifen zu bekommen, Buster. Und los geht's. Oh, seht mal. Da ist Jessie Geländewagen. Wie es scheint, hat sie Probleme, den Berg hinauf zu kommen. Hier kommt Buster. Arme Jessie. Ich glaube, sie braucht etwas Hilfe, Buster. Ihre Räder scheinen nicht richtig zu greifen. Gleich hast du es geschafft, Jessie. Weiter so. Oh, Buster. Ich weiß, dass du dir neue Reifen besorgen willst, aber deine Freundin Jessie braucht Hilfe. Oh nein. Jessie rutscht wieder zurück. Gut gemacht, Buster. Du bist zurückgekommen, um Jessie zu helfen. Das war sehr nett von dir. Oh nein. Jetzt sieht es so aus, als stimmt etwas nicht mit Jessies Anhänger. Anscheinend schiebt dessen Gewicht sie zu schnell den Berg hinab. Sie hat die Kontrolle verloren, Buster. Schnell, Buster. Du musst helfen. Das wird schon, Jessie. Buster ist gleich bei dir. Gut gemacht, Buster. Pass auf den Anhänger auf, damit er sich nicht überschlägt. Oh nein. Da vorne ist schon die Werkstatt. Sie wird es nicht schaffen, rechtzeitig zu bremsen. Gute Idee, Buster. Benutze deine Bremsen, um Jessie langsamer zu machen. Das war ganz schön knapp. Gut gemacht, Buster. Und sieh mal. Da sind die glänzenden neuen Reifen, die du wolltest. Arme Jessie. Ihre Räder sehen auch ganz mitgenommen aus. Buster, ich glaube, jemand hat sie nötiger als du. Richtig so, Buster. Gut gemacht. Jessie braucht wirklich neue Reifen. Die sehen toll aus, Jessie. Jetzt wirst du keine Probleme mehr haben, den Anhänger zu ziehen. Und Berge hinauf zu fahren, wird ein Kinderspiel. Mach's gut, Buster. Mach's gut, Jessie. Guckt mal. Es ist Buster, der Bus. Aber wow. Er sieht ganz schön müde aus. Er kommt von der Straße ab. Oh nein. Buster ist in der matschigen Pfütze gelandet. Und jetzt steckt er fest. Armer Buster. Wie kann er rauskommen? Am nächsten Morgen kommt Scout das Auto bei Busters Garage zu Besuch. Aber, oje. Buster ist nirgendwo zu finden. Doch wo ist er? Aber schaut. Matschige Reifenspuren. Scout folgt ihnen, um zu sehen, wo Buster steckt. Da ist Digli der Bagger. Aber Scout erzählt ihnen, dass Buster weg ist. Sie müssen ihn finden. Scout und Digli suchen gemeinsam. Guckt mal. Eine Spur aus Süßigkeiten. Wo führt sie hin? Wow. Was war das? Puh. Es ist nur Robin. Scout erklärt, dass Buster weg ist. Und Robin erklärt sich bereit, bei der Suche zu helfen. Gemeinsam können sie ihn bestimmt leichter finden. Armer Buster ist einsam und friert. Scout schaut hinter den Bäumen nach. Digli guckt hinter den Felsen. Was hat Robin gesehen? Noch mehr Reifenspuren. Schaut, da ist Buster. Er steckt immer noch im Matsch fest. Er ist schon so lange hier. Robin erzählt Digli und Scout, dass er Buster gefunden hat. Er ist gleich hinter dem Hügel. Da ist der arme Buster. Digli und Scout können helfen. Zusammen ziehen Digli und Scout Buster aus der matschigen Pfütze. Na bitte, jetzt ist Buster endlich frei. Er ist seinen Freunden sehr dankbar, dass sie ihn gerettet haben. Jetzt ist er wieder sicher in seiner Garage. Guck mal, Buster, der Bus und Scout das Auto spielen Fußball. Buster schießt. Tor! Gut gemacht, Buster. Gute Arbeit. Wow, da ist ein Fußballbus. Er spielt für die große Busfußballmannschaft. Er möchte, dass Buster kommt und versucht, für das Team zu spielen. Aber, oh nein, Buster ist zu schüchtern. Scout ermutigt ihn und Buster sagt, okay, er wird morgen zum großen Spiel kommen. Scout ist sehr stolz auf ihren Freund. Aber Buster ist immer noch nervös. In der Nacht schläft Buster friedlich in seiner Garage. Buster träumt davon, dass er in der Busfußballmannschaft spielt. Das Spiel beginnt, aber, oh je, die Busse spielen ruppig. Jetzt ist Buster dran mit Tor. Er versucht ihn zu retten, aber, oh je, die Fußballbusse sehen nicht sehr beeindruckt aus. Armer Buster, er hat sich so sehr angestrengt. Es war nur ein böser Traum. Aber jetzt ist Buster noch aufgeregter für das Team zu spielen. Buster hat sich so sehr angestrengt. Aber Scout tut ihr Bestes, um ihn zu ermutigen. Buster schafft das. Sie glaubt an ihn. Jetzt ist es Zeit für das große Spiel. Robin pfeift und das Spiel beginnt. Oh nein, der rote Bus ist verletzt. Er kann nicht mehr spielen. Buster muss einspringen. Komm schon, Buster, du kannst es schaffen. Buster schießt den Ball und das Spiel geht weiter. Buster geht jetzt ins Tor. Der blaue Bus schießt und... Buster hat ihn abgewehrt. Klasse, Buster. Das hast du echt gut gemacht. Hurra. Das war sehr mutig von Buster so anzutreten. Es ist ein sonniger Tag bei Busters Haus. Oh, schau. Mama Bus hilft einem Kätzchen, dem das Bein wehtut. Da, alles wieder besser und bandagiert. Scout ist hier, um mit Buster zur Schule zu fahren. Sie spielen auf dem Spielplatz. Oh je. Scout tat sich am Reifen weh. Buster hat eine Idee. Was macht er denn? Er hat Scouts Reifen mit Toilettenpapier bandagiert. Alles wieder gut. Gute Arbeit, Buster. Sieht so aus, als wollte Ash auch bandagiert werden. Und jetzt möchte Scout auch ihre anderen Reifen bandagiert haben. Aber Buster hat kein Toilettenpapier mehr. Bandit hat eine freche Idee. Alle nehmen Toilettenpapier. Das Toilettenpapier geht überall hin. Das sieht sehr unordentlich aus. Sie lassen sich da zu sehr mitreißen. Oh je. Sie haben den Spielplatz mit Toilettenpapier eingedeckt. Der Lehrer scheint darüber nicht glücklich zu sein. Mama Bus ist hier, um Buster nach Hause zu bringen. Sie fragt sich, was den Lehrer so bedrückt. Buster erklärt, dass er versucht hat, Scout genau so zu helfen, wie Mama dem Kätzchen geholfen hat. Mama kann es richtig bandagieren. Zeit jetzt, alles wieder gut zu machen. Da ist Buster. Zeit zum Aufwachen. Es ist ein brandneuer Tag. Schau. Mama hat Busters Frühstück schon fertig. Marmeladentost. Busters Lieblingsschmaus. Buster fuhr über das Spielzeug. Alles gut. Mama küsst es besser. Jetzt kann Buster rausgehen und Fußball spielen. Wie aufregend. Jetzt spielt Buster mit Scout im Park. Gut gemacht, Scout. Aber, oh nein. Der Fußball ist im Baum stecken geblieben. Aber schau. Mama hat den Ball wieder freigestuppst. Gut gemacht, Mama. Jetzt können sie weiterspielen. Was ist das? Mama und Buster malen ein Bild. Es macht so viel Spaß, zusammen zu malen. Schau. Die Sonne hat ein Gesicht. Aber, oh je. Buster ist müde. Es war ein anstrengender Tag. Es ist Schlafenszeit für Buster. Erst liest Mama ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Oh, gute Nacht, Buster. Es hat viel Spaß gemacht, heute mit Mama zu spielen. Sie ist wirklich die Beste. Schau, da ist Buster der Bus an einem schönen Morgen. Was hat er heute wohl vor? Sind das Samen? Wow! Buster möchte Obst und Gemüse anpflanzen. Buster fährt zu seinem Gemüsebeet und schaut sich die Anleitung an. Zuerst muss er ein Loch buddeln, in das er die Samen einstreuen kann. Buster fängt an zu graben. Oh je, das könnte lange dauern. Aber schau, da ist Diggly. Er wird helfen können. Diggly ist der beste Bagger und er hilft seinen Freunden immer gerne. Diggly wird die Löcher für die Samen im Nu fertig haben. Da, kein Problem. Jetzt pflanzt Buster all die Samen in den Löchern und liest den zweiten Schritt. Sonnenschein! Die Samen brauchen Sonnenschein, um zu wachsen. Aber oh nein, es ist bewölkt. Aber schau, da ist Monty der Heißluftballon. Vielleicht kann er helfen. So, Monty hat die Wolke weggeschoben. Jetzt wachsen die Samen. Und der dritte Schritt. Regen? Sieht aus, als gäbe es noch einen Job für Monty. Er hüpft auf der Wolke und... Perfekt! Jetzt müssen sie nur warten, bis die Samen gewachsen sind. Viele Tage vergehen. Die Pflanzen werden größer. Dann, eines schönen Morgens, guckt Buster auf seinen Kalender. Heute ist es soweit. Schau! Rote Tomaten, orange Kürbisse, gelber Mais, grüne Bohnen und lila Auberginen. Gut gemacht, Buster! Schaut auf all die bunten Früchte und Gemüse, die er gezüchtet hat. Jetzt kann er sie mit seinen Freunden teilen. Es ist Sporttag in Busters Schule. Wie aufregend! Zuerst kommt der 100 Meter Lauf. Auf die Plätze, fertig, los! Los, Buster! Er hat gewonnen! Hurra! Das war einfach. Buster ist der Schnellste in der Schule. Als nächstes kommt der Hochsprung. Scout ist zuerst dran. Saus, saus! Wow! Das war hervorragend! Buster glaubt, dass er besser springen kann. Los geht er! Ups! Mach doch nichts, Buster! Er sieht nicht sehr glücklich aus. Jetzt kommt das Eierlaufen. Auf die Plätze und los! Buster möchte wirklich gewinnen. Ups, Buster fuhr zu schnell und hat das Ei zerbrochen. Oh je! Und Ash ist der Gewinner. Toll gemacht, Ash! Buster ärgert sich darüber, dass er verliert. Er wollte wirklich gerne gewinnen. Er ist so traurig, dass er nicht mal mit den anderen Fußball spielt. Das sieht aber nach Spaß aus, Buster. Es geht nicht nur ums Gewinnen, Buster. Es geht darum, Spaß zu haben. Hurra! Jetzt haben alle zusammen Spaß. Es ist jetzt Zeit zur Medaillenvergabe. Buster ist Dritter. Ash ist Zweiter. Und Scout ist Erste. Gut gemacht allerseits. Was für ein Supertag! Buster geht heute einkaufen. Und hilft seinem Opa, so viel zu sehen. Es ist wirklich groß in dem Supermarkt. Opa hat eine Liste, damit sie nichts vergessen. Buster muss sich konzentrieren. Konzentrieren, danach kann er dann spielen. Buster geht heute einkaufen. Und hilft seinem Opa, so viel zu sehen. Es ist wirklich groß in dem Supermarkt. Buster geht heute einkaufen. Buster geht heute einkaufen. und hilft seinem Opa, so viel zu sehen. Es ist wirklich groß in dem Supermarkt. Oh nein, Buster hat sich verlaufen, er ist zu weit gefahren. Er schalt seinen Mann nach runter und helft dem Opa zu finden. Buster geht heute einkaufen und hilft seinem Opa, so viel zu sehen. Es ist wirklich groß in dem Supermarkt. Bei Busters Haus scheint die Sonne. Und Buster und Opa haben viel Spaß beim Spielen. Mama Bus geht zur Arbeit. Werden Buster und Opa es schaffen, Abendessen zu kochen? Wow, richtig kochen! Buster ist sehr aufgeregt. Lass uns kochen! Opa macht den Herdstart klar. Hm, aber was jetzt? Buster hat eine Idee. Das ist Schokoladensauce. Hm, Opa glaubt nicht, dass die fürs Abendessen richtig ist. Lass uns das Rezept lesen. Sie haben alle Zutaten zusammengesucht. Buster fängt an und gibt etwas Mehl in die Schüssel. Wow, langsam Buster! Ups, das Mehl ging überall hin. Jetzt sind Opa und Buster mit Mehl bestäubt. Buster gibt die letzten Dinge zu dem Mix. Sei vorsichtig, damit der Mix nicht überall hingeht. Super gemacht, Buster! Ups, Opas Tomatensauce ist auf den Fußboden gekleckert. Und was passiert denn da auf dem Herd? Der Topf kocht über. Oh, schau! Seine Brille ist jetzt beschlagen und er kann nicht sehen, wo er hingeht. Pass auf, Opa! Oje, das geht ja alles schief. Opa und Buster machen alles wieder sauber. Aber Mama Bus kommt von der Arbeit nach Hause. Oh, oh, sie haben immer noch kein Abendessen fertig. Was machen sie nun bloß? Opa holt Fischstäbchen aus der Gefriertruhe. Aha, das gibt Buster eine Idee. Zeit für Schokoladensauce. Gerade als sie fertig geworden sind, fragt Mama Bus sich, was Buster und Opa wohl zum Abendessen gemacht haben. Ich frage mich, was sie gekocht haben. Fischstäbchen und grüne Bohnen. Und Schokoladensauce. Bist du dir da sicher, Buster? Er probiert es. Mh, lecker! Mama probiert es auch und findet es überraschend lecker. Gut gemacht, Buster! Buster hat viel Spaß dabei, vor seinem Haus in sehr matschigen Pfützen zu spielen. Schau, da ist Opa Bus. Ups, jetzt sind sie beide mit Matsch bedeckt. Aber Opa hat einen Plan. Wo bringt er Buster hin? Sie sind bei der Autowaschanlage, um sauber zu werden. Hurra! Sieht so aus, als hätte die Autowäsche keine Seifenblasen mehr. Aha, da ist die Seife. Opa fügt ein bisschen hinzu. Und Buster macht die Waschanlage an. Los, Buster, los! Moment mal. Das ist aber viel Seife, Opa Bus. Buster ist komplett mit Seifenblasen bedeckt. Wie lustig! Das war ein sehr guter Witz, Opa. Jetzt ist Opa dran mit dem Waschen. Sieht so aus, als hätte Buster einen Plan. Er wird sich rächen. Opa ist mit Seife bedeckt. Er sieht sehr albern aus. Sieh mal, Terry, der Traktor, ist zum Waschen hier. Wow, nicht so viel, Buster. Es ist super schaumig. Die Seifenblasen fließen rüber. Oh je, was für ein schaumiges Durcheinander. Otis sieht nicht sehr glücklich aus. Zeit, das Chaos zu beseitigen. Was für ein alberner Tag. Hallo, Buster. Oh nein, Buster sieht ziemlich krank aus. Hallo, Scout. Wie es scheint, will Scout spielen. Ich glaube nicht, dass es Buster heute gut genug geht, um zu spielen. Er fühlt sich wirklich krank. Schnell, Scout. Hol Hilfe her. Oh, armer Buster. Das wird schon wieder. Jeder ist ab und zu mal krank. Seht mal, Scout hat Amber die Ambulanz geholt, damit sie mal nach Buster sieht. Gute Idee, Scout. Amber weiß bestimmt, was zu tun ist, damit Buster sich bald wieder besser fühlt. Es sieht so aus, als würde Amber Buster in seine Garage bringen. Lasst uns mal nachschauen, ob sie herausfinden kann, was mit Buster los ist. Zuerst überprüfen wir mal Busters Räder. Das seht mal, dieser hier hat gar keine Luft mehr drauf. Er muss aufgepumpt werden. Geschafft. Schon besser. Und Buster sieht auch gleich wieder gesünder aus. Aber so richtig gut geht es dir noch immer nicht. Genau, lasst uns mal Busters Temperatur messen mit einem Fieberthermometer. Das sieht gar nicht gut aus, Buster. Jetzt muss Amber mal Busters Motor durchsehen. Oh nein, Buster verliert Öl. Deshalb fühlt er sich unwohl. Amber kriegt das schon wieder hin mit ihrem Schraubenschlüssel. Alles ist gut, Buster. Gleich ist es geschafft. Nur noch ein paar Mal drehen. Und fertig. Gut gemacht, Amber. Buster scheint wieder ganz der Alte zu sein. Ich glaube, dass du dich wieder wohl genug fühlst, um rauszugehen und zu spielen, Buster. Haha, er sieht sehr zufrieden aus. Das ist Buster, wie wir ihn kennen und lieben. Es ist Zeit für Amber, wieder loszufahren. Mach's gut, Amber. Und danke, dass du dich um Buster gekümmert hast. Scout und Buster gehen jetzt spielen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.